Willkommen bei profischnapp.de hier im Fotostudio im Showroom in Empfingen. Ich bin stolz darauf, dass ich hier diesen Deal machen konnte und zwar mit Hukla, einem Qualitätshersteller aus Deutschland, mit Produktionsstätten in Deutschland, Polen und Polen. Und Hukla, da bin ich schon seit zwei Jahren wegen Relax-Sessel dran und jetzt habe ich auch hier diese Liege bekommen. Und sehen Sie, wie diese Liege kippt? Übrigens, der Sound ist, dass man den Akku laden soll. Denn ein Akku hat die Liege auch. Sound aus. Okay, Sie haben gesehen, die Liege kippt. Jetzt habe ich eine sogenannte Herz-Waage-Position. Die Knie sind auf Herzhöhe und damit habe ich natürlich eine optimale Liege-Position. Übrigens, es gibt nur drei Knöpfe und die gehen immer im Wechsel hoch-runter. Ja, hier auch. Hoch-runter. Ich darf nicht so viel drücken, weil sonst huckt es wieder. Ich stecke es gleich nachher ein. Oben im oberen Drittel habe ich nochmals auf der linken Seite einen Knopf zum Verstellen. Und wie sieht das Ding aus, wenn es zusammen ist? Eben wie ein Sessel. Übrigens, die Armlehnen fehlen überhaupt nicht. Es ist auch so unheimlich bequem. Drücke ich trotz Hup, Hup auch mal hier drauf. Jetzt kommt er nämlich hoch. Und hier muss ich strecken. Und zack, ist es ein Sessel. Na, Liege, Relax-Sessel, beides in einem Top-Leder. In dieser gut zu kombinierenden Farbe. Heißt zwar schwarz, aber ich würde es als Anthrazit bezeichnen. Und in einer wirklich sehr guten Qualität. Übrigens, Drehweis, die lege ich auch noch. Ja, ein Stück hier. Ein Schnäppchen. Ein Messestück. Ein Stück für Sie. Schnappen Sie zu. Dankeschön. Und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.